Yo Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Zagomachs und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von SuppenPVP. Ja, es sind sehr viele Leute an diesmal, das freut mich und wir wollen ja alle Kids kaufen. Es sind glaube ich nur noch 4 oder 5 Kids, müssen wir nachher nochmal gucken, wenn wir sterben. Und nur noch 981 XP brauche ich bis zum nächsten Rang. Ich weiß nicht was da kommt, ich glaube God oder Experte oder keine Ahnung, müssen wir mal gucken, was da so kommt. Bam du! Junge, komm her, komm her, ey, hör auf mich anzugreifen von hinten. Nicht von hinten. Oh shit. Ach scheiße, das ging ja richtig flott. So, ah ne, ich muss 3, 6, 7, 8, okay, 8 Stück muss ich. Die sind alle über 1000 Dollar, äh, 1000 Coins sozusagen. Ach du scheiße, okay, das ist hier. Bam, Alter. Was? Achso, der hat den Teleporter. Wow. Alles klar mit dem, ey. Das habe ich. Ich brauche Coins und XP. Das habe ich auch. Das habe ich auch. Ein bisschen hochgejumpt. Warum jetzt beide auf mich? Reicht nicht einer? Warte, wir müssen mal fix all. Holy shit, Alter. Da kam der... Oh, Mama, Mama, Mia. Komm her, du. Scheiße, Ninja, Alter. Oh man, jetzt komm, lauf doch. So. Dich habe ich, Alter. So geht es ja hier nicht, ey. 530 Coins. Ich will wirklich alle... Sachen gekauft haben und den höchsten Rang besitzen. Aber ich weiß ja nicht, was das höchste ist. Ach man, ich wollte gerade... Die hier boostet King, Alter, ey. Der ist brutal. Digga, chill doch mal, du scheiß... Spassi, Alter. Meine Güte, warte, das Mauspad ist gerade hier richtig verrutscht, Alter. So. 560. Nice. Es wird immer mehr. Immer mehr. Ja, genau, Alter. Schnell... Nein, 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 nein. Suppen essen, Suppen essen. Oh. Meine Löschtaste klappt wieder nicht. Weg, weg. What the fuck, Alter. Ich denke immer, der hackt, Alter. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Ah, mein Ohr juckt gerade. Ui, 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 ui. Ich glaube, der ist gerade was umgestellt, Alter. Verpiss dich, Alter, ey. Ja, sicherlich, Alter. Verpiss dich, Alter. Wirklich, ey. Geh dir einen anderen suchen. Schön viele Pfeile. Aha. Hacker. Du Hacker, Alter. Ich hab's genau gesehen, Alter. Dass du Flyhack hast, Alter. Du hast richtig Flyhack. Schnell muss es sein. Äh, Flyhack. Warte mal, hat er eben das angemacht? Ach so. Schon gut, schon gut, schon gut. Ich hab nix gesagt. Ich hab nix gesagt. Das war das ja, das Kid. Dieser Junge kommt auch immer komisch vor. Ja, flieg doch weg, Alter, wenn du Angst hast, Alter. Ich glaub, ich muss dir echt mal ne neue Tastatur holen, Alter. Die Wegwerftaste geht gar nicht mehr. Oh. Ich wurde geboostet. Dieser verdammte Hurensohn. Ach komm, verpiss dich. Ja. Als ob der schneller ist als ich. Unsichtbar. Ist klar, Mann. Ist klar, Mann. Ist wirklich klar. Das ist so dumm, Alter. Und dieser hier, Alter, der hat auch Reichweiten, keine Ahnung, was, ey. Verpiss dich, Alter. Scheiß unsichtbarer Mann. Ey, nicht alle weg hier. Ey, hammer doch nicht immer auf einen drauf, Alter. Hallo. Der Junge hat Speedtex, Alter. Meine Fresse, ey, wirklich. Ja, ich will ja die Videos nicht so lange halten, deswegen verabschiede ich mich. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like, da würde mich tiefer freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein. Ciao. Mit V. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.